hallo und ein herzliches was geht und willkommen zu let's play pokémons markt edition und ich weiß gar nicht was wir machen sollten ja wo wollten wir an den solch stemmen bringen sollte ich durch die höhle durch ist das eine das ist unser team aus behalt wir brauchen was blitzen kann oder ich kann mal eben fertig was sollen wir machen also ich habe keine ahnung die maus ist mit sorry wo müssen wir hin ok hier geht es runter haben wir doch schon da das haben wir nicht so komisch aus warum soll klein passen jetzt hoch jetzt auch ist das aber richtig ich weiß dass eine hier ist drieb übergeben mit der käsicht und dritt ich kann doch noch mehr lang gehen wo kommt man hier runter wo ich habe keine ahnung aber wir haben ein fluchteil toll aber ja, 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 ja okay, selber hat gesagt, ich soll ein pokémon swift nennen swift so, dann schicke ich das foto also, ich werde jetzt ein foto machen okay wo ich hier mich eben bieten hier doch nicht so, das werde ich ihm aber erst nach der aufnahme schicken jetzt sind wir bei dir okay okay wir müssen raus laber nö tsch nö 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 Loil. Boah, ich freue mich schon, das hier alles in 3D zu sehen, aber ich muss mir noch ein 3DS-Fahrer kaufen. Was ist hier? Was ist hier? Was ist Duh? Oh! Nein, da wollte ich dich nicht rein! Oh man! Äh... Ah ne, komm man nur mit dem Fahrrad weg, ne? Alter. Was? Nein. Ich will ihn nicht unbenennen. Ich stelle mich jetzt auch an. Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Ich kann break. Natürlich. Das ist der Sito. Okay, wo ist Captain Brick hingegangen? Bist du Captain Brick? Hey, das ist nicht Captain Brick gewesen. Nein. Nee, Kreideschreiber muss man nicht lernen. Wie bist du Captain Brick? Ist hier noch ein Captain Brick? Ist hier noch ein Captain Brick? Bist du 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 Captain Brick? Aber wir haben mit dem Erfolg schon wieder viele geschafft... Nein! Mann! Wer ist denn Cap'n Brick? Ich kann uns erst mal Pokéballer Wo ist Cap'n Brick? Aha! Wer ist Cap'n Brick? Ah, okay! Ja, komm! Siehst du, dabei ist mein Pokémon schon bei deinem Level aufgestiegen bei solchen schwachen Kämpfen? Siehst du es doch nicht! Okay! Ist das nicht die blaue Kugel? Ah, okay! Sehr gut! Was gibst du mir denn Schönes? Ah, eh, eh! Es hat nicht beleidigt! Okay, wo ist denn ein Pokémon? Ist denn da? Okay. Jetzt werde ich die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt die Kommentare, was sich besser machen kann. Und... Naja. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin, tschüss, haut rein.